Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge im Podcast Sprachfallen. Wie immer am Anfang die kurze Info, dass es auch zu dieser Folge ein Skript gibt. Das könnt ihr auf meiner Internetseite danielberg.pl kostenlos runterladen. Und dort findet ihr alle wichtigen Wörter aus dieser Folge ins Polnische übersetzt. Für die heutige Folge habe ich euch vier Wörter aus dem Bereich Film herausgesucht. Ich werde die Wörter zuerst nennen und dann im Einzelnen besprechen. Die Wörter sind Fragment, Fragment Filmu, Aktia, WoWni Bohater und Operator Filmowy. Ich beginne mit dem Wort Fragment. Im Polnischen gibt es sehr viele Kombinationen mit Fragment. Fragment Filmu, Fragment Textu, Fragment Auditzi und so weiter. Im Deutschen benutzen wir aber nicht das Wort Fragment, sondern im Filmbereich das Wort Ausschnitt. Ich zeige dir einen Filmausschnitt oder wir sehen den Ausschnitt eines Filmes. Man benutzt also die Metapher des Schneidens. Das gleiche gilt für Radiosendungen oder andere Gespräche, Ausschnitt eines Gespräches oder Ausschnitt eines Interviews und so weiter. Bei geschriebenen Texten benutzt man auch nicht Fragment, sondern Abschnitt. Also wieder die Metapher des Schneidens, zum Beispiel ich lese euch einen Textabschnitt vor. Alternativ zu Abschnitt kann man auch Passage sagen, die Passage. Ich lese eine längere Passage des Textes. Das deutsche Wort Fragment bezeichnet eigentlich fast immer materielle Dinge. Ein Archäologe kann zum Beispiel die Fragmente einer Vase finden. Oder der Polizist findet Metallfragmente. Fragmente sind also kleine Stücke. Die sind größer als Partikel, aber kleiner als Stücke. Das vielleicht als kleine Hilfe. Ja, damit komme ich gleich zum nächsten Wort. Aktia. Aktia Filmo. Das ist im Deutschen Handlung. Die Filmhandlung. Die Filmhandlung kann man dann näher spezifizieren. Sie ist interessant, logisch, unlogisch. Das deutsche Wort Aktion hat eigentlich nichts mit Filmen zu tun. Aktionen können von der Polizei gemacht werden, eine Marketingaktion und andere. Es gibt das Wort Action, Actionfilm. Aber hier benutzt man das englische Wort und auch die englische Schreibweise der Actionfilm als eigene Kategorie. Ich komme dann zum dritten Wort. Gowny Bohater. Hier gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Gowny Bohater ist im Polnischen nicht, im Deutschen nicht Hauptheld. Das wäre ein falscher Freund, ein Polonismus, sondern Hauptfigur. In der Literaturwissenschaft spricht man auch vom Protagonisten. Der Protagonist, die Protagonistin. Das letzte Wort aus dem Filmbereich ist Operator Filmovi. Habt ihr eine Idee? Ich gebe euch mal ein paar Sekunden zum Überlegen. Ich bin zurück und sage euch die Übersetzung. Das ist Kameramann, Kamerafrau. Früher hat man nur Kameramann gesagt, aber heute ist klar, dass es genauso gut Kamerafrauen gibt. Das deutsche Wort Operator existiert. Das ist ein Begriff aus der Logik oder Mathematik. Zum Beispiel Konjunktion und Disjunktion sind logische Operatoren. Wenn ihr nicht gerade Mathematiker seid, könnt ihr das Wort gleich wieder vergessen. Ja, ich hoffe, dass diese Informationen für euch interessant und hilfreich waren. Und sage für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.